Report. Nadine als Assistent bei Ford Miner. Schönen guten Tag. Mitten in Hamburg, beim schönsten Schiedwetter angekommen, sind wir nun bei Nadine, die unsere Ford Miner Competition gewonnen hat. Hier ist der Joko von MTV. Servus. Lässt du mich rein? Wunderbar. Schönen guten Tag. Alles gut? Ja, sicher. Wollen wir los? Ja. Bist du aufgeregt? Ohne wie. Auf zu Ford Miner. Wir stehen jetzt hier vor Wondermusic. Du triffst gleich Ford Miner. Da sitzen die Jungs. Schau mal, alle ganz relaxed. Hey, guys. That's the winner, Nadine. Hope she knows, we should get into. See you, guys. She got work to do. Peace. Peace. So, steh jetzt gerade mitten beim Soundcheck. Wie gefällt's dir bis jetzt? Super hier. Also, einfach, es macht Spaß. Macht Spaß. Wunderbar. Aber du hast ja ein bisschen was zu tun. Deswegen lasse ich dich jetzt in Ruhe, damit du für die Jungs arbeiten kannst. Denn arbeiten soll man nicht aufhalten. Chop, chop. We need things move quickly. This is the venue. We have a show tonight. We can't waste time. Let's go. Your first job, you'll need ten copies and you'll get a receipt for that. I need some tea with honey. Marlboro lights in the box. Honey, tell me the honey. Ripp the grass. Molly. Marlboro lights in the box. Hey, well done. Good show. Good job. So, we played the concert. We had a great assistant. Had a great assistant. And everything went very well. What do you think, Jim? I think it was awesome. Amazing. When did the tenth? Ten. Eleven. Ten. Perfect. 39 Fort Minor. 11 Uhr Curfew. Das heißt, der Tour. Auch für uns jetzt Feierabend. Aber wir wollen natürlich noch wissen, wie war dein Tag. War super. Einmalig. Der beste Tag weines Lebens. Wir haben jemanden glücklich gemacht. Ich sage danke an dich. Und tschüss zu euch. Das heißt, ja. Das heißt, ja.